Hallo in die Runde, willkommen zu einem kleinen Beschwörungsvideo. Ich bin nicht allein. Vincent ist auch bei mir, genau. Das Kostüm von Marjana ist vorgestellt. Vincent, wie gefällt dir das hier? Sieht die toll aus? Ja. Und das Rot, ne Rot ist ja deine Lieblingsfarbe, die hätte ich gerne. Satana muss ich sagen, in dem Kostüm, wenn man sie mal ursprünglich anguckt, und 800 Angriff, 802 Angriff vor dem Limit Break, das ist halt einfach wenig. Das kommt später wieder raus, so ein bisschen, aber gerade hinten Rüstung und Leben kann sie mithalten, aber nicht Angriff. Dass Minions auf einem Ziel vernichten ist toll, wenn ich sie bekommen würde, würde ich sie auch leveln. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mein Favorit ist es nicht. Wie gefällt dir der hier? Ja, auch in Rot. Den hätten wir auch gerne. Das Kostüm, weiß ich noch nicht, ob ich das nutzen würde, das ist ziemlich gut, muss man sagen. Mit einem Vier-Sterne hält der Season 2, der mir bisher nicht vergönnt ist, mit Wilbur. Das ist der Hammer, wenn die eigenen Schadensteilungen machen, dann Schaden bekommen und dann geht der Stack ziemlich schnell hoch. Das Kostüm in Rot, wie gefällt der dir, Vincent? Toll. Auch toll, ne? Den hätte ich auch gerne. Wie gefällt dir der hier? Auch toll. Ja, 40% mehr Schaden für Special Skills, muss ich sagen. Das ist schon nicht wenig. Insbesondere halt die Werte. Und wenn man das mal genau anguckt. Wir haben hier 1794, 854 und 1164. Und zum Vergleich hier nochmal Satana. Die hat halt mehr Lebenspunkte, ein bisschen mehr Rüstung, aber deutlich weniger. Insbesondere, wenn man denkt, dass es ein Vier-Sterne hält. Ja, von den anderen Kostümen. Kadilen würde ich nehmen. Magni würde ich nehmen. Oh ja, würde ich auch nehmen. Auch. Ja. Nö, nö. Ja, ja. Und vor allen Dingen, ja. Ja, auf alle Fälle, ja. Ja. Habe ich richtig doll. Au ja, auf alle Fälle. Habe ich. Habe ich. Melendor fehlt mir. Darauf kann ich nur, falls verzichten. Das ist auch richtig gut, das Kostüm. Regat wollen wir haben. Von Gormek fehlt mir das erste Kostüm noch. Auf alle Fälle wollen wir das haben. Ja, und damit sind wir auch, glaube ich, durch. Die anderen fehlen zwar. Gucken wir mal. Ich habe mir ein 6-Euro-Angebot gekauft, die es gerade im Shop gibt. 6 Euro für 6 Puls. Gucken wir mal. Ich werde auf jeden Fall einen legendären Helden bekommen. Denn wenn hier nur noch 48 Dinger über sind, habe ich meine 100 Volt. Vincent, walte deines Amtes. Komm, drückt auf. Da. Wir wollen die rote Frau haben. Die haben wir schon. Das ist ein bisschen bitter. Aber das ist zumindest ein legendärer. Das war der Hammer. Und statistisch gesehen, wollte ich gerade sagen, müsste ich mindestens einen kriegen. Okay, noch mal. Das ist natürlich ein bisschen bitter, dass wir das haben, was wir schon bekommen haben. Oh, da drücken wir mal drauf. Okay. Kompass. Und noch mal. Der geht direkt wieder in die Helden. Haben wir. Oh, sehr gut. Das ist das neue Kostüm. Und den haben wir auch schon gehabt. Das heißt, wir haben hier schon zwei legendäre. Das wird viel für den Seelentausch geben. Ich habe wohlgemerkt lange, lange gespart. Einmal 6 Euro ausgegeben. Das haben wir schon. Ja, Hammer. Die haben wir auch. Toll. Aber warte mal. Du hast da eben gerade so schnell drauf gedrückt. Ja, den haben wir eben gerade schon bekommen. Ähm. Rot, rot, rot. Dann wird das Kostüm schnell gelabelt. Ja, die wollten wir auch haben. Super. Ah. Warte. Rigat wäre schön. Rigat, Sturmfang. Und also die 4 Sterne, Heiler. Den nicht. Den haben wir schon. Ja, gucken wir mal. Blau ist gut, Kirill. Ja, den haben wir auch. Die haben schon gelabelt. Der ist gut. Den wollten wir auch nicht. Ja, den habe ich, glaube ich, das Kostüm habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Aber ich glaube, ich habe Borrel auch nicht. Oh mein Gott, nein, das wollten wir nicht haben. Oh Gott. Das war ein Waschbär. Ja, Frettchen, was auch immer. Oh Gott. Den haben wir. Oh Gott. Das habe ich nicht mehr sehen. Dann. Haben wir so einen. Genau. Haben wir auch. Warte, wenn da noch ein paar kommen. Du hast gerade drauf gedrückt, so schnell. Den haben wir. Das ist immer das Gleiche. Ich sage dir, wenn wir es uns komplett angucken können. Schade haben wir. Warte, wenn da noch andere kommen. Da kommt nichts. Die hat nämlich nur ein Kostüm. Das haben wir schon. Blau, lila, rot. Das sind die Farben. Blau, lila, rot. Ja. Die brauchen wir. Rot, blau, lila, blau, rot. Die vier Sterne Heiler brauchen wir. Nein. Oh, den will ich. Der blaue? Ja. Da würde ich mich auch zufrieden geben. Ich finde das toll, wie du schon den Weg weißt, wo du draufklicken musst. Schade, schade, schade. Da haben wir einen legendären und das ist einen, den ich schon habe. Der ist Knoblauchdieb. Das Kostüm heißt Knoblauchdieb. Ja. Ach, Mist. Kirill. Kirill, Sturmfang oder Rigat. Nein, den haben wir auch. Den haben wir schon. Oh, den haben wir schon. Das ist richtig. Haben wir heute zwar noch nicht, aber den haben wir schon. Den will ich. Papa, den will ich. Dann will ich den. Okay. Drücken wir noch dreimal drauf. Dann machen wir erstmal die Kisten zwischendrin. Ja, den wollen wir auch nicht. Den wollen wir. Ich habe gerülpst. Ja. Das kann doch mal nicht sein. Können wir jetzt mal hier bitte wenigstens einen vier Sterne Heiler bekommen? Das gibt es doch nicht. Den, den, den wir. Warte, wenn da noch ein paar kommen. Das gibt es doch nicht. Das ist bitter. Das ist bitter. Das gibt es doch nicht. Warte mal den. Okay, das Kostüm habe ich zumindest noch nicht gehabt. Das haben wir auch schon. Oh, Kiste. Ja. Das Kostüm haben wir gebraucht. Super. Das war auch. Ah, shit. Den war zu viel, Vincent. Jetzt müssen wir einmal kurz warten. Jetzt müssen wir hier oben. Dass man sich hier ja die ganzen Angebote schön. Oh, wir müssen doch noch eins. Ich habe mich verguckt. Einmal noch draufdrücken. Okay, jetzt aber. Dann nehmen wir hier oben. Grimbel Nummer zwei. Und die letzten sieben. Die letzten sieben. Den brauchen wir. Kriegert oder Sturmfahren. Kriegert oder Sturmfahren. Hat hier keine Waffe. Nee, der kämpft mit Fäusten. Kriegert, Sturmfahren. Ah. Ich glaube nicht mehr dran. Ich komme jetzt. Ah. Was ist das? Der was behilft uns nix. Rot, 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 Sturmfahren. Ja. Das ist Sturmfahren. Wow. Den brauchen wir. Ja. Riegert wäre jetzt noch schön. Haben wir schon. Und das war's. Mehr können wir nicht. Jetzt müssen wir nur noch auf die Kisten drauf. Bum. Oh, das ist super. High five. Das ist von klein. Jetzt fahren wir richtig drauf. Ja. Papa, mach mal deine Hand auf. Oh, das hat man dann gehört. Und die letzte Truhe noch. Oh, okay. Nicht so gut wie die mit dem Dings. Okay, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Leider haben wir Majana nicht bekommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt können wir die Zeitung angucken. Jetzt können wir die Zeitung angucken.